ein terabyte von 60 dollar was ich schucke pc betriebssystem laden schieren paar supply das ist das wir gerade schon an das sollte ich gar nicht mehr angeschlossen sein kollege das muss doch nicht in installieren netzteile neues haben wir ja irgendwas anderes was man strom braucht jetzt noch kurz das let's racketa installieren das ding hier und dann sind wir schon fast wieder fertig übrigens ein follow wäre auch nice wenn euch gefällt was ihr seht also ist kein muss aber wäre nice freuen sich auch meine statistiken drüber aber vor allen dingen freue ich mich das über ja 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 mein upgrade funktioniert nicht naja egal auf jeden fall sollten wir da irgendwie ein benchmark ausführen oder sowas ja oh ne macht das mal auf aua und und glee und jetzt eine rezensionzeit dafür kommen ihre kommentare levelaufstieg dein onkel zimmer alter von dem hab ich ja den scheiß ne so hab ich eigentlich alles gemacht was ich mal wollte einmal einstorben bitte äh ja an dieser stelle sollte ich meine neue folge starten und dann ist willkommen zurück zu pc building simulator dem einzigen und besten format auf youtube heute ist es wieder mal soweit wir gehen zurück zur arbeit und der eine pc vom letzten mal macht hier gerade noch einen benchmark und der ist gerade fertig geworden ja ich weiß es nicht ich habe gar keine ahnung von sowas benutze persönlich hier ein ncdxc pc habe ich noch niemals selber zusammengebaut obwohl ich bock drauf hatte aber ich wollte es halt auch nicht riskieren meine teile kaputt zu machen also viel geld habe ich schon auch wieder nicht eigentlich gar nicht jetzt mich bleibt und deswegen bitte followen naja gerne abonnieren liken subscribe discord twitter alter ich freie seh ne habe ich alles eigentlich schon installiert hier also sollte ich eigentlich so äh hm ah meine güte nerv nicht kassieren wenn sie wärmeleitpaste naja dankeschön ist noch irgendwas wichtig hier hier das sind alles veraltete so darf ich mich vorstellen mein name ist black pattenberg und ich gehöre zum zum stammpersonal hier bei movie money ist mir doch scheißegal was du machst ich möchte einfach nur 1,5 terabyte speicherkapazität aufrüsten ja du hast vorstellung du äh festplatte terabyte hat er irgendwas davon gesagt was genau der haben möchte aber ssd oder hdd könnte schon ein terabyte schließe ich kann pechera bitte aufrüsten ein weiteres terabyte sollte schon genügen ich Note seräl 1,5 terabyte weil ich ja בעt bin oder 1,5 terabyte was heißt er hat 500 ne ach ach ich kann ja nachgucken Ja, der hat im Moment 500. Dann hole ich am besten von derselben Marke oder von irgendeiner anderen Marke hier. Ein Terabyte von 60 Dollar. Was? Ich? Sugar? Warum habe ich eigentlich nur noch neun Clips? Achso, sehr Quatsch. So, jetzt habe ich wieder 10. Ja, jetzt habe ich theoretisch einen Terabyte gekauft. Btw im Warenkorb. Dann habe ich mir gefühl gleich. Dann kann ich weiter einschoben. So. Ein Upgrade, damit wir damit ich segeln kann. Was meint der damit? Boah, ich muss ein bisschen Launcher runterfahren. Sonst habe ich keine Launcher-Märzen. Mein Computer. Das Spiel startet. Es scheint eine Betriebekeller. Ja, ich sehe hoch. Ich habe Programm. Bullet Run benutzt. Ich spezifische herauszufinden. Bezirken. Server empfohlen. Spezifikation. Bereit für den Boot-Vorgang. Hä? Das ist etwas, was ich mir durchlesen muss, offensichtlich. Ich habe da mal dieses tolle Segel-Simulation angespielt, aber während mein Computer das Spiel startet, scheint die Bildrate in den Keller zu gehen. Wenn ich die Einstellung hochsetze, ich habe ein Programm namens Bullet Run benutzt, um die Spezifikation herauszufinden und festgestellt, dass mein PC zwei die Mindesterforderungen knapp erfüllt. Für wohl eine Spezifikation, aber wohl eine bessere CPU benötigt. Ohne Spezifikation. Alter, die haben doch alle einen Knall. Nehme ich an. Bei diesem Anfang musst du auf die Bullet Run-Anwendung zugreifen, um die du im Shop besorgen kannst. So, 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 so. Ich würde mein Gehirn das irgendwie im Keller holt gerade irgendwie irgendwas zu essen. Ne, was ist das hier? Habe ich doch gar nicht angenommen, so. Unterschwellige Absichten. Kundenkommentare sind einmal launisch Angelegenheit und nicht immer sagen, was ich sage mal. Malte Kundenkommentare und E-Mails im Auge, denn oft sind heimlich Absicht, die in den Herzen zu lesen. So in Erfüllung wird zusätzlich überwältig gestanden. Unterschwellige Absichten werden nach Erfüllung erkennbar. Ich kann nicht reden, Alter, ich bin, ich bin, ich verstehe absolut. Wasser. Wasser ist wichtig, um reden zu können. Habe ich gehört? Ich weiß es aber nicht. Boah, Alter. Seit wie vielen Stunden streame ich eigentlich? Vier Stunden. Ich kann kein In-Ease mehr tragen gerade. Oh, aber es müssen es sein. Äh, dringend abgleich gesucht. Ja, kriegen wir hin. Sag ich, wie es ist. Mein Bruder ist so langsam, ich brauche 16 GB Arbeitsspeicher. Eventuell braucht mein PC. Ein Frühjahrsbrutz, mein Bruder hat Team Group in seinem PC. Sag das, sei vom Allerfein. Mein Bruder hat Team Group in seinem PC. Äh, das hat wahrscheinlich RGB oder sowas. Team Group. Äh, ja, hier muss ich halt mal gucken. Upgrade gesucht. Team Group, sollte ich jetzt irgendwie was holen. Hat der für all den Schaden. Team Group. Wenn der es unbedingt haben möchte, wie viel Gigabyte Upgrade wollte der jetzt haben? 16er. Dann hol dich halt 16er. Team Group, T4, Stark, Silver. Das ist sehr, sehr schnell möglich. Ich beeile mich sehr. Team Group, T4, Stark, 8 Gigabyte brauchen wir. Künstlichste, was wir von Team Group finden können, damit wir hier nicht so viel bezahlen. Ob zwar meinen Warenkorb. Wir brauchen auch noch hier, äh, Tools und Software, das Willett, Willett One, Äh, Aua. Bungle. Bungle. DIY auf Ihrem Beurteilungsseite. Alter, ich shoppe mich hier gerade tot. Automatisches Anschlusswerkzeug, das kann ich mir leider noch nicht leisten. Wird schon bei 500. Ich gehe gleich ins Minus, deswegen. Aber weißt du, das ist ein Upgrade, was ich nicht bereuen werde. Ah, wo ist denn das blöde, Willett Run, da was. So, ich habe noch nicht mal alles gekauft, was ich brauche. Acht Gigabyte RAM. Acht Gigabyte RAM aufrüsten. Acht Gigabyte RAM aufrüsten, bis zum Ende des Tages. Acht Gigabyte. Mein Computer ist so, ist sowas von langsam, ich brauche Acht Gigabyte RAM, können Sie wissen, wenn ich es nicht so schnell war, ich habe hier auf eBay ein paar, von diesen abgefahrenen Kunststoff Schwarzkabeln gesehen. Ah, du Nervensäge, Alter, komm. Ah, was labert der denn hier auch? Wenn ich es nicht so schnell, wie er mal war. Neulich habe ich auf eBay ein paar von diesen abgefahrenen schwarzen Kunststoffkabel gesehen. Ach, Backe. Manche Leute machen es einem auch recht schwer, ne? Äh. Wir brauchen erstmal Acht Gigabyte RAM. Die habe ich noch, aber der Auftrag ist glaube ich abgelaufen. Ach, Mann. Ach. Guck mal, ich habe doch davon zwei im Inventar. Das heißt, ich brauche es schon mal nicht ausgeben. Was habe ich noch? Äh, da wollte ich irgendwie schwarz abgefahrene Kunststoffkabel. Ich bin... Schwarz abgefahrene Kunststoffkabel. Flexible Kunststoffeinfarbig schwarz im Besitz habe ich anscheinend da. Habe ich anscheinend im Besitz. Gefahrene Kunststoffkabel. Schwarz... Schwarz... Äh... Schwarzkabel. Kunststoff... Schwarzkabel. Ich kriege... Ich kriege nicht mehr geredet. Brand... Ne Band. Bandkunststoff. Hier ist ja flexibel Kunststoff. Eng verbunden Kunststoff. Ach komm ey. Abgefahren Kunststoff. Ist... 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 Kunststoff. 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 Ist doch alt Kunststoff. Ist Kabel. Ist... 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 Ist doch... Mann. Das ist doch vollkommen scheißegal. Wahrscheinlich hat er noch... noch einen zuen PC oder sowas. Oh... Ich kann nicht mehr. Du... Haben wir ja... Shoppen hier bestellen. Nachdem schnell. So. Übernehme ich hier nicht. Super. Hier bestellung griffst du morgen ein. Wofür auch immer ich dieses RAM noch übrig habe. Tag beenden. So. Ja sollte reichen. Rich. Ein Upgrade damit ich segeln kann. Das mache ich halt zuletzt. So. Was wollte er haben? 8 GB RAM. War das der mit diesen fancy Kunststoffkabeln? Ach das sind doch nice weiße Kabel. Sag ich dir wie es ist. Aber wenn er dir unbedingt kit ausstaben wollte. Da hat er nämlich was dazu gesagt. So. Warum ist die eine Festplatte denn da oben? War das? Ja. Das waren alle weißen hässlichen Kabel gewesen. Was wollte er denn? Jetzt 8 GB RAM. Äh. Das wird definitiv ein Downgrade werden. Ich sag ja nix. Äh. Speicher. 4 GB. Da wollte ich einen 8 haben. Ist das ein Downgrade? Egal. Ist mir jetzt relativ egal. Der hat jetzt seine komische Scheiße da gekriegt. Naja egal. Setzen wir den hier wieder ein. Einsetzen. Kabellage. Und danach Serienstücke. Und den Home Vision. Freut mich doch. Aber ich sitze hier eigentlich. Egal. Äh. Das Tool hat sich auf jeden Fall gelohnt. So. Der ist fertig. Der mit seinem Zeitstress. 16 GB RAM. Habe ich das nicht noch rumlegen? Naja. Ich hole schon mal 1 GB. Mein PC ist derzeit einfach auch nicht schnell genug. Ich hoffe 16 GB RAM. Was die Zeit angeht. Könnten sie bis dann 16 GB RAM schaffen? Vielleicht habe ich. Ein falschen Link angeklickt. Bin total. Fan von Team Group. Ah. Fan Team Group. Okay. Äh. Äh. Wahn. Wahn. Geh. Wir brauchen. Wir brauchen. Äh. Wir. RIN. 2. X. 8 GB. Und. Äh. Steht da was noch? Ähm. Das dann von. Äh. Ach. Team. Group. Es ist sehr kompliziert. Alter ich rutsche hier weg. Es ist ziemlich kompliziert. Ähm. Das kann ich dir ganz genau sofort besorgen. Äh. Prozessor von. Also äh. Von Team Group. Ich muss nochmal zweimal Team Group kaufen. Weil dieser Typ darauf besteht. Äh. Naja. Gehen wir mal weiter vor. Ich bin schon hier. Erfahrungsstufe 2 habe ich. Habe ich doch. Fuck jetzt. Grafikkarte aufrüsten. 16 GB RAM. Ich verfüge hier über die Mittel. Können sie die Ausrüstung übernehmen? Hätte gar nicht mehr so schnell wie es immer war. Team Group. Soll ich mir die ganze Palette an scheiß Team Group RAM besorgen? Oder weiß. Äh. Mach ich am besten einfach. Komm hier Team Group. Boom boom. Hunderla. Ach. Meine Güte. Das gibt es nicht. Nehmen. 99 Euro. Viren beseitigen. Budget 0. Nehmen wir. Fahrungstufe 3. Na ja. Muss ich gleich annehmen. Naja. Äh. Säuberung. Kann ich sicher nicht. Ich brauche eine Festplatte. Irgendwer von diesen schlauen wollte ja auch unbedingt dieses teure RAM. Ne. War das? Margot Kerner. Team Group. Äh. Team Group. Warten wir. wunderschön ram ram wollten die team team group strom seitenpanel installieren passieren wer haben wir denn als nächstes der von dem film typi naja nur 1 terabyte das ist ein basic hier gibt es keine special wünsche keine special wünsche ich habe die seite aufgemacht brauche ich gar nicht die seite hier aber ich lasse das mal aufnehmen das mache ich gleich so einmal dieses trail hier raus dann installieren restplatte die installieren kabel da entfernen machst du das das ist doch bescheuert installieren ganz ganz stilliger art und weise kriegen wir das alles ziemlich gut gewuppt ich bin auch überrascht alter soll jetzt theoretisch booten da kann ich mir rausbringen kassieren was machen wir noch hier so den typi das habe ich noch gar nicht gemacht installieren usb stick naja der hat sich richtig auf sein spiel gefreut und da läuft es nicht das ist echt geil was hat er denn jetzt alles fertig ich gehe nochmal nachgucken auf der e-mail von dem sailor typ ein upgrade damit ich segeln kann 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 ich habe das programm namens willet dran um die spezifikation herauszufinden ich bin jetzt erforderung dafür dass ich bin erfüllt aber das bin ich wohl eine bessere cpu das ist doch in ordnung zähl ich jetzt ein programm das mir sagt was ich installieren soll oder ich habe keinen plan ich soll auf jeden fall e-mail aber einmal will it run will it run sailing simulator war das so oder free ram 3 gb wir brauchen mehr vram wir brauchen mehr vram wir brauchen mehr vram aber das ist doch in der grafikart wenn ich mich nicht recht entsinne wo kann ich denn hier vram 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 3 das heißt wir haben ehhh wo kann ich denn hier vram 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 wir brauchen t perfekt fourteen die im dfl radeon gfz gtx 1050 ti alter ich bin so verwirrt ist eigentlich unser zuschauer account noch richtig ich gucke mir überhaupt hier irgendwer zu oder es steht ja dann nur auf zwei ausspaß aber wir brauchen auf jeden fall die dlf radeon dfl radeon gtx mit 4 gb naja komm in den wahrenkorb reinschalten und bestellen sofort darum stellt euch das morgen ein na dann pisse ich mal bitte dahin darum kümmere ich mich dann später neue sache muss ich mich jetzt kümmern ja aber ich sag's dir wir machen das in der nächsten folge denn ich werde ich das spiel verlassen zwei kalter zuschauer wünsche euch immer noch einen guten tag wir sehen euch tschüss bis zum 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 hospital bis zumteil bis zum 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 zu dich bis zum zum